Willkommen bei Teil 23, schon beides in der letzten Welt zu Dunkelheim. Ja, ist doch Teil 23. Jetzt bin ich mir grad nicht sicher. Muss mal gucken. Ja, Teil 23 ist richtig. Ich mach so viele Parts und alle sind so schön lang. Bin ich ein bisschen durcheinander gekommen jetzt fast. Gut. Yeah. Wir müssen auch bald in die Hölle. Ich komm bald in die Hölle. Level. Hell. So, Betruger. Da ist er. Guten Tag. Einmal bitte. Ein Eis. Komme ich hier rein? Ach. Ach so. So. Lauf nicht weg. Ich will dich... So. So. Kommt noch einer. Ich will dich erschießen. Mal kurz. Lauf nicht weg bitte. Ah ja. Area secure. Open locked. Okay. Mach. Ah. Arschgesicht. Security Kamera drei. Bin ich jetzt selbst... Kann ich mich selbst sehen? Das wär schön. Nö. Aber hier. Kann ich mich aufladen? Wie? Ist meine Maschinenpistole wieder voll? Ja. Mehr als 600 Schuss brauch ich nicht. Oh! 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 Help me. Help me. F5. Ja, was man vielleicht nochmal machen könnte, eine deutsche Version, ne? Oh, wo ist das da denn passiert? Eine deutsche Version von Doom 3. Ach so, hier ist ein... Scheiße! Hier ist ein Scheiß-Setter. Oh! 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 Wo ist die Health Station? Hier. Kein Spiegel. Doch, ein kleiner Spiegel. Ah, da. Doch, tatsächlich. Wie geil. Selbst in der Scherbe da habe ich ein Spiegelbild. Das begeistert mich echt. Oh ja. Gut, gut. Hopp. Hopp. Alles klar hier? Sind ja nicht noch ein paar Mädels auf Klo? Natürlich keine Zombie-Mädels. Ja, Frauen sind hier sowieso ziemlich selten, ne? Oder? Aber hier ist ein richtiger Spiegel. Ja. Aber das Licht ist etwas schlecht. Oh, fuck. Eins darf ich nicht vergessen. F5. Was? Noch, noch jemand ein Problem? Wer? Wo? Wer? Oh, scheiße. Jetzt geht das Licht aus. Nein, das will ich nicht. Will nicht, dass das Licht ausgeht. Es gefällt mir nicht, dass das Licht ausgeht. Ein Schock-Moment nach dem anderen. F5. Ach so. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Teleporter, ne? PDA. Frank Gerano. Oh, Munition. Ei, ei, ei. Yes, yes, yes. Es geht Richtung Hölle. Äh, kannst du dich mal anders hinlegen? Ich muss in die Hölle. Warum? 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 Ich will nicht in die Hölle. Ich will nicht in die Hölle. Oh, ja. Hey. Fuf, 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 fuf. Gib mir mal das Mad-Kit. Ja, ist doch ganz schön pixellig, ne? Wenn man mal nachher rangeht. Die Texturen. Da bin ich auf die BFG-Edition echt gespannt. Wie die das da aufgepeppt haben. Ob dann richtig ein schöner großer Unterschied ist. Wer weiß. So. Ich muss erstmal kurz lesen. Wie es weitergeht. Ja, Frank-Ceranus-PDA contains the code 841 für Kabinett 3117. Continue through the door ahead. Was kommt da? Betruger, Betruger can be seen on the balcony above, beckoning his minions, destroy him. Two commanders attack, one jumps over the railing. Gut. Also erstmal nach dem Code gucken. Frank-Cerano. Das können wir nochmal hören. Das ist die persönliche Audio-Log von Dr. Frank-Cerano. Daten September 19, 2145. Ich habe mich überraschend auf Betrugers Gedanken über die die zuerst, unentrückte Transformation zu Teleportation-Unitzen. Wir können jetzt nur unsere Systeme um genug zu bauen, um die Portale zu öffnen, für ungefähr 10 bis 15 Stunden. You're so right here. Engineering in the In-Pro facility die die Portale-Temps場 beträgt der Portale-Temps ornament für 45 Sekunden ist wieder. Und so wird es etwas rauh materiauschen, aber die wird erneutigungsverte schweigen von centralen Wasser herstätten. Wir können jetzt einfach wieder pfasschen. Wir können nur die Ausbeidung nicht umriert. Was ist das? Der Armstiere ist alles wichtig, dass wir das dann mehr überlegen, Guck guck, ist ja keiner mehr? Deltalabs A? Guck ich nicht rein. Ah. Health Station. Oh, noch ein PDA. Han Lee. Und hier? Soll ich da drücken? Decontamination Chamber Sequence initiated. Gut. Ah, scheiße. Nicht gut, nicht gut. Oh oh. Da komm ich jetzt rein. Aber ist das auch der richtige Weg? Erstmal laden. Nachladen. Ach, jetzt hab ich erst gespeichert. Egal. So, wie geht's weiter? Ach so. Han Lee's PDA reveals the code 836 for Cabinets 386 and 387. Also here is this terminal which unlocks the door to the decontamination chamber. Enter the now unlocked decontamination chamber. Wait for the decon process to complete. Then proceed to the next room where this imp and a commando attack. Continue through the door ahead. Han Lee's PDA. Gut, dann kann ich dann Han Lee's PDA da den Code verwenden. So. Decontamination process started. Decon process. Decontamination complete. Have a nice day. Mach auf. Ach man. Ach man. Ach man. Ach man. Robocola. Lecker. Ne? Ah ja. Das ist ein Teleporter, ne? Ah ja. Gut. Han Lee brauchen wir jetzt. Han Lee. Gib mir deinen Code. Hat er überhaupt sonst noch was schönes? Euer. Play. Missing BFG guns. This is the audio log of administrative assistant Han Lee. Dated October 16, 2145. 836. Why is it that I keep getting the crummy jobs? Armor Corps, 1st Platoon and 1st Science Team were completely wiped out this morning on their second excursion. And I am the one charged with writing up the reports and sending this information back to Earth next of team. So here I am. The worst cup of coffee for the day. Five hours of sleep the night before. No shower. And I have 20 dead bodies to fill out paperwork on. I haven't seen the actual corpses. But the word coming down from the grapevine says that it looks like they have been hacked up pretty good. This says everyone on the base spooked. The Truger is nowhere to be found and there are a lot of questions being asked with no answers from anyone. So, how do we continue? A whip commander tag plus a chain gun commander entrance the bar. Imp. As you retrieve the shells through the stone. And then. That other audio log will I still want to hear. Die Waffe ist geil. Bevor sie nur 50 Schuss hat, ne? Ah, scheiße. Aber die verwenden wirklich schlechtes Glas da, ne? Hier, auf dem Mars. Das ist kein Kristallglas, glaube ich. Oder ist das vielleicht Kunststoff? Ziemliche Verzerrung, wenn man durchguckt. Aber der Sound ist geil hier in dem Spiel auch, ne? Die Musik, Hintergrundmusik. Ja, wie geht's weiter, Mutti? Muss irgendwo mal jetzt lang gehen, oder? Hier? Guck. Ich sollte lieber ne Waffe nehmen. Hä? Wie geht's nicht weiter? Oder was? Ach so, the terminal on the left activates the display to the right. Where you can choose the teleporter destination. Pad 1 main sends you to the other side of the room. Select pad 2 balcony, then proceed to the teleporter in the center of the room. Step onto the pad and activate the teleporter. Okay. Scan for active pad. Oh, geil. Please select teleport destination. Boah, ich probier den mal. Pad 1 selected. Soll ich hier rein, oder was? Activate. Ah, yes. Okay. Hat funktioniert. Lebt nicht noch. Ja. Boing, boing. Das ist geil. So. Pad 2 selected. Beides habe ich nicht vergessen. Speichern. Los. Oh. Freundchen. Nee. Aha, hier oben. Jetzt bin ich ja nicht weit gekommen. Gut, wie geht's weiter? Gut, wie geht's weiter? Defeat this Chaingun-Kommando. And toss a grenade. Take out at the center of the blue set sector. Also einfach weitergehen. Oh, ich nehm die Waffe. Decon. Decon process. Decon process. Decon process. Decontamination complete. Have a nice day. Ja. My patience with you is wearing red. Man muss auf den Kopf schießen. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Nein, nicht lachen. Auf und mit lachen. Schau dich rund um, Marine. Jeder ist tot. Und bald wird sie mit ihnen. Gott. Nein. 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 Da habe ich Angst jetzt. Oh Gott. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Nein, oh. Du Arschgesicht. Das ist geil. Da habe ich ja gut mal gut reagiert, finde ich. Unheimlich echt. Oh. Ist hier noch was? Guck, guck. Ja. Ein Z-Sektor. Z-Sektor hält Wache. Das geht ja auch nicht, dass jeder einfach da sich bedient, ne? Noch jemand? Glaub nicht. Oh, hier gibt es schöne Sachen. Schöne Sachen. Von und für Mutti. Nein. Da muss er mir wieder den Spaß verdarmen. Oh, Spielverderber, Mann. Dummer Spielverderber. Speicher. Dann gucken wir uns mal um. Müssen wir wieder auf Kisten springen, um noch mehr Sachen von den Regalen zu fischen. Ist aber nichts. Alles benutzerfreundlich. In erreichbarer Höhe. Gut. Fertig. Ja, ich muss sagen, die hier ist meine Lieblingswaffe, weil sie sowohl im Nahkampf als auch für die Distanz geeignet ist. Ja. Wie geht's weiter? Lesen. Irgendwie gibt's hier Terminal to unlock Teleport 2 Access Store. Und dann kommt ein, zwei Kommandos. Ei, 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 ei. Meine Güte. Ah, Granaten. So schlecht sind die Granaten nun nicht. Auch wenn sie natürlich dazu geeignet sind, sich selbst zu töten. Ah, hier muss ich weiter. Ja, hier gibt's richtig viel zu holen. Station locked. Was liegt da? Ah, Herzklopfen. Adrenalin oder was soll das sein? Das ist ja auch wie in Fallout, ne? Fallout 3. Ja. Gut. Erstmal das Ding nehmen. Kann ich das nicht nehmen? So. F5 speichern und jetzt kommen zwei Kommandos. Oh. Arschloch. Ein Wichser. Ah! Und der zweite Wichser. Und Health Station. Und? Noch was für meine Panzerung? Nö. Clip hatte ich nicht benutzt. Gut. Wo jetzt? Wo jetzt? Wo jetzt? Speichern. Make your way to this now unlocked door. Defeat in M and Z-Sector. In the office. In the office. Uuuuuh. Also das. Das. Amor Shards. Achso. Wünsche wieder voll. Hilfe. Hilfe. Es geht Richtung Hölle. Oh. Wo ist er? Wo kommt er? Ich versuch's mal mit einer Granate. Ja toll. Ja toll. Ich hab mich wieder selbst gebombt. Aber ich hab den trotzdem erwischt. Wo? 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 Na 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 na. Siehste? Na der wirft sie nicht. Wie soll man das nennen? Er schiebt sie so nach vorne nur, ne? Normalerweise wirft man doch eine Granate im hohen Bogen. So. Egal. F5. F5. To this opening. Also erstmal in... Büro rein. Hier? Was? Ich seh nix. Das ist eher ein Meetingraum hier, ne? Ein Meeting auf dem Mars. Und da... Brauch ich leider nicht. Ein Meeting auf dem Mars. Äh. Guck mal da. Das Blut. Ist die Tür auf? Ja. Ja. Ei, 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 ei. Ah! Schreckglas nach. Echt? Boah, ey. Geisterbahn. Oh. Ein paar Granaten. Das ist mir zu dunkel. Könnte der in seinem Mod nicht auch mal... Ne... Taschenlampe auf die... Plasma-Gran draufsetzen? Ne. Ne. Nein! Uh. Hier ist es unheimlich. Das Blut, was da runter fließt, oder was? Das ist ja grausam. Ich will mich verstecken. Keiner soll mich sehen. Aber das nützt nichts. Ich muss raus. Ich muss weiter. Ja. Ja. Hier ist was. Ich gehe nochmal in den Meeting-Raum. Falls ich da nochmal hinkomme. Ne. 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 Tür ist verschlossen. F5? Lieber die Waffe nehme ich hier. Ah! Das war auch schlau. Ah, ich speichere. Bei sowas. Imp, imp, imp. Und dann? Soll ich selbst da runter gehen, oder was? Ahem. Ahem. Defeat ihn und dann climb in. Genau. Keep left and you'll come to this opening. Use your chainsaw on the whip-commando, ahem. Who emerges from the left door. A malfunctioning door control is also to the left. Also gut. Chaingun. Ums. Ich muss mich links halten. Es gibt hier nichts zu holen, ne. Sonst hätte er das geschrieben. Oh Gott. Hilfe. Ich glaube, ohne diese Anleitung wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Ja, aber wieso soll ich eine Chaingun nehmen? Er hat mir mit seiner Chaingun Plasma-Gun. Wo ist er? Wo ist er? Lässt auf sich warten da, Junge. So, dann wahrscheinlich ist das hier. Aha, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Zeig und schau. Warnung. Chamber malfunction. Aha. So, speichern und... Inside Storage 03 you'll hear a commando, but he never appears. Rather, if you shoot the flows of barrels in the corner, this imp spawns. Inside, you'll find a health station, armor cells, rockets, clips and shells. Continued down the hall to this position. Doors are left and right. Start with the door on the left. Puh. Also was? Wo muss ich hin? Inside Storage 03 03 Hier, oder was? Oh. But he never appears. Gut zu wissen. Also passiert nichts. Hier ist es richtig stockfinster, ne? Okay. Shells brauche ich nicht, oder was? Und er sagt hier in seinem... in seiner Anleitung, dass wenn man die Explosive Barrels kaputt schießt, dann kommt ein... Imp. Ach da! Was wirst du? Hat er recht gehabt. Ja, die Clips brauche ich tatsächlich nicht, oder was das ist. Mist. Ach, muss doch nicht hauen. So. Alles abgegrast hier. Also mal vorbei. Hallo. Willst nicht. So. Und nu? Wo muss ich jetzt lang? Unheimlich, ne? Alles schwarz. Ich hab doch ne leichte Gänsehaut. Die ganzen toten Köpfen und so, ey. Fürchterlich. So, hier. Drei Sachen. Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Okay. 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 Hmm. Continue. Bloop. Doors are left, right. Start with the door on the left. Defeat an Imp inside, then stay close to the door. Two revenants will enter. Ooh. Oh, the sound of their footsteps giving you plenty of warning to ready your rocket launcher. Mit dem Rocket Launcher? Die man mit... Ja, wohl bei zweien sollte man vielleicht doch den Rocket Launcher nehmen. Nee, das war jetzt rechts. Ich muss... Ach, scheiße. 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 Nee, nichts passiert. Okay. Links, links, links. Oh, scheiße. Okay. Nee, nicht Rocket Launcher. Rocket Launcher kann man sich eben ja auch selbst verletzen, ne? So, wo ist das andere Arschloch? Hier? Oder da? Arschloch! Ich seh nichts. Alles ist dunkel. Wow. Toll. Hier gibt's schöne Sachen. Gut. F5. F5. Und hier? Ah ja. Scan for Active Paths. Geil, das macht Spaß. Das macht Spaß hier mit dem Teleporter. So, welchen Pad soll ich denn nehmen jetzt hier? Pad 1 Main, Pad 2 Hallway, Pad 3 Storage. Was meint er? Was empfiehlst du mir? Backtrack, this time taking the door on the right. Access the terminal on the right to activate the display. Genau, Pad 1 Main sends you to the room you were just in. Pad 2 Hallway and Pad 3 Storage place you in close proximity to one another. Aha. With Pad 3 giving you slightly better placement. Ach so. Die sind dann mit Pad 3. Pad 2 Hallway und Pad 3 Storage sind fast wie Pad 3, aber Pad 3 ist besser. Choose it, then step onto the pad and activate the teleporter. You arrive in the storage room where you will find an ammo belt. Blub, continue. Gut, da passiert ja nichts. Ja, gut, dann mach ich das. Also, was? Pad 2 Hallway and Pad 3 Storage place you in close proximity to one another. Ach so. Ja, ich muss auch immer ein bisschen genauer lesen. Nein, also Pad 2 Hallway und Pad 3 Storage, die sind ganz dicht beieinander. Aber Pad 3 ist besser. Pad 3 selected. Kann ich hier eigentlich noch? Ja, ich könnte hier noch. Nee, kann ich nicht. Kann da nichts mehr verändern. Activate. Wow. Das ist geil. Da bin ich angekommen. Yo. Die habe ich auch alle, ne? Ah, okay. So. So, halt. Erst weiterlesen. Was passiert, wenn ich da rausgehe? Ähm. Rocket Launcher, dann approach the door ahead. Ooh, lots of bad guys in here. Including several Commandos, Imps, a Revenant and a Z Zektor. Your best bet is to lure them back to the storeway, then hit them with rockets. Okay. So, und was sagt er? This is Pad 2 on the right. Das ist ja wohl abartig. Was soll das sein? Krank. Oh, so. Rocket Launcher. Nee. Rocket Launcher. 60 Schuss, ey. Na gut. Ah. 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 Ja, was? Dann kommt doch her. Wenn ihr was wollt. Wo denn? Guck, guck. Revenant. Der war gut, ne? Speicher nicht vergessen. Guck, guck. Ach so. Arschloch. Nein. Das ist eine mächtige Waffe. Powerful. Und? Nein. Immer noch nicht. Arschgesicht. Jetzt ist hier klar, ne? Alles klar. Na gut. Dann nehmen wir das Med-Kit. Drücken F5 für Speichern und gehen mal hier runter. Health Station brauchen wir nicht. Armor könnte ich gut gebrauchen. Was ist da denn drin? Hey. So. Weiter lesen. Bald geschafft. Health Station left to right. Heal at the health station. Brauche ich nicht. Defeat an Imp through the next door. Defeat a Revenant before the following door. Hm. Imp. Dann Revenant. Dann nehmen wir doch mal wieder die hier. Wo? 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 Gut. Drei Schuss. Und trotzdem noch was abbekommen. Na egal. Egal. Nee. Sie. Das Ding hab ich ja gesehen, ne? Von da, genau. Da oben war ich, oh. Nicht die Füße verbrennen. Geht's tief runter. Warte mal, ich will mal was probieren. Kann ich hier hochspringen? Ohne, dass ich runterfalle? Ja. Okay. Weiter. Was kommt jetzt? Das will ich lesen. Im... Revenant. Ja, ist noch einiges zu tun. Ist noch nicht fertig. Puh. Ich hab echt Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Das ist der dritte Part, den ich heute mache. Und mein Laptop. Ist im Dauereinsatz, ne? Schön hochladen. Ich hab mich nicht rein. Warum nicht? Unlocked steht doch da. Hilfe. Da ist rot. Hm. Ein Leiter runtersteigen. Was für eine Leiter denn? Da. Nein. Soll ich hier hoch? Ah, guck mal. Das ist schön. Granaten. Und da. Schön. Rockets. Dann hier wahrscheinlich wieder drücken. Decontamination chamber sequence initiated. Und dann. Weiter lesen. Return down these stairs. A battling a revenant. And an imp along the way. Enter the now unlocked decontamination chamber. Ich hab nur noch 50 Schuss. Oh. Der ist ja. Ey. War nämlich jetzt was anderes? Oh, scheiße. Scheiße. Kein Bock, mich selbst zu bomben. Wo ist er? Komm. Kommt er hoch, oder was? Wo ist er? Ist er die Treppen runterge... Die Leiter runtergestiegen? Oder wie? Wo ist er? Scheiße. Boah. Wo ist der Revenant? Wo ist der Revenant? Ups. Komm ich hier wieder hoch? Ja. So. Lutschmann, meine Rockets. Da kann ich mal wieder laden. Da kann ich mich auch laden. So, jetzt decontamination chamber. Immer noch nicht. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Unten. F5. Was jetzt? Nichts passiert. Scheiße. Wo ist der Revenant? Chamber 3? Da war ich vorhin. Waffen und Munition ist geil Betruger enters this teleporter After commanding his demons to stop you Okay Approach the teleporter and revenant attacks Followed by these two M's behind you Scheiße Revenant and Imps Ich gehe jetzt mal auf Rocket Launcher Guck guck Wo? Ach da Da kommt der geil Komm Arschloch Komm her Wichser Behind me können die ja nicht spawnen Jetzt die Imps Wo sind die Imps? Wollen nicht Da siehste Jetzt habe ich sie getriggert No Teleport Destination Selectorat No Teleport Destination Selectorat You can leave now but if you don't mind some backtracking we have some stops to make first select pad 2 security Mach ich Pad 2 selected Das kann ich alles gut 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 gebrauchen Oh PDA Was ist in dem PDA? Martin Schulz PDA from the counter head which has some background and allows you to open the door Oh good return to the teleporter control and choose pad 3 storage You'll arrive here note the medkit to the right on the pad Ja hier kann man sich ja nicht teleportieren ne Aber ich darf die Tür jetzt öffnen Mit dem PDA Von dem Idioten Ist das jetzt Chamber 3 oder was? Hier? Tür zu Security Station Äh Wie komme ich denn jetzt zum Pad zurück hier? Ja Ja Wäre nicht zum Pad sondern zum Teleporter Goi 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 So was sollte ich jetzt wählen? Anleitung Pad 3 storage Äh Cool oder? Bisschen teleportieren So was haben wir? Ein Code Hier steht Frank Ceranos PDA has the Code Frank Cerano 317 ist 841 317 Aha 8 421 Oh schön Aber Gib alles her Alles Gib alles Gib alles Braucht gar nicht so viel Cells könnte ich noch gebrauchen Ey was ist da? Ein geheimer Gang Aber Der nützt uns nichts Oder? Oder doch Das steht hier nicht in der Anleitung Leute Soll ich hier wirklich lang gehen? Das steht hier nicht in der Anleitung Original Vielleicht ist da nichts Also ich würde mal speichern Nö Hab nichts gebracht Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Head across the hall to backtrack to the teleporter Also ich muss jetzt zum teleporter zurück Ja finde ich den denn jetzt noch? Teleporter So Schön Und nu? Sind wir gleich durch Ja Pad access Select pad 1 exit Pad 4 hallway puts you back near pad 3 Aha Okay Also Pad 1 Ab nach Haus Das war's schon wieder Vielen Dank für's Zusehen Delta Labs 4 Und danach geht's nämlich in die Hölle Ne You will never find the thing you seek It is trapped in hell forever Oh Das sieht schon mal gut aus Aber das erst beim nächsten Mal Achso Warte Nochmal speichern Exit Escape meine ich Speichern Yes Exit Yes 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 Bis zum nächsten Mal.